Wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da geht es um Sofortzuschlags und das Einmalzahlungsgesetz. Es gibt einerseits einen Gesetzentwurf der Bundesregierung und zwei Anträge der Linken, die jetzt hier diskutiert werden. Die neue Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat ja schon angekündigt, sie möchte den Kindersofortzuschlag dauerhaft und lückenlos einführen, bis nämlich die Kindergrundsicherung gewährt werden kann. Und dieser Sofortzuschlag soll monatlich 20 Euro pro Kind betragen und schon zum 1. Juli zum ersten Mal gezahlt werden. Genaueres werden wir jetzt hier in der Debatte hören. Erste Rednerin ist Dagmar Schmidt, SPD-Fraktion. Das ist ein bisschen, als hätte der Lukas Kühler von mir geredet hier. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Menschen in unserem Land stehen seit mehr als zwei Jahren vor Herausforderungen und Entwicklungen, von denen sie wahrscheinlich nie gedacht hätten, dass es so kommt. Die Corona-Pandemie hat alle Menschen getroffen, aber sie hat sie unterschiedlich hart getroffen. Viele haben schlimme Krankheitsverläufe und Tod in den eigenen Familien- und Freundeskreisen erlebt, viele ihren Job verloren oder in Kurzarbeit gearbeitet und viele mussten ihre kleinen oder auch größeren Kinder durch Schulschließung und Isolierung begleiten. Gerade für diejenigen, die nicht mit guten und sicheren Einkommen ausgestattet waren und sind, ist die Belastung immens. Und jetzt kommt mit den Folgen des Ukraine-Kriegs noch mehr auf uns zu. Die Preise steigen, nicht nur die Energiepreise, sondern mit ihnen viele andere, vor allem jetzt eben auch die Lebensmittelpreise. Die Erwartung an uns ist, dass wir helfen und handeln, und das tun wir mit zunächst zwei großen Entlastungspaketen. Und wir beschließen heute nicht nur den Sofortzuschlag und die Einmalzahlung, sondern auch Steuerentlastung, den Kinderbonus und die Energiepreispauschale. Insgesamt entlasten wir die Bürgerinnen und Bürger mit diesen beiden Paketen um fast 30 Milliarden Euro. Wir wollen aber mit unseren Maßnahmen nicht nur aktuell helfen, sondern wo immer möglich auch die Weichen für die Zukunft stellen und schnell erste Schritte in diese gehen. Das gilt insbesondere für den Sofortzuschlag für Kinder, die in Armut aufwachsen, die von Grundsicherung leben oder deren Eltern wenig verdienen und die deswegen den Kinderzuschlag erhalten. Für sie beschließen wir heute einen monatlichen Aufschlag von 20 Euro. Einmalzahlungen sind wichtige Hilfen. Wo es aber strukturelle Probleme gibt, müssen sie auch strukturell angegangen werden. Und deswegen ist diese monatliche Unterstützung für uns auch ein wichtiger erster Schritt hin zu einer Kindergrundsicherung. Denn Kinder sind keine kleinen Arbeitslosen. Sie können nichts für die finanzielle Situation ihrer Eltern. Deswegen werden wir eine eigenständige Leistung für Kinder schaffen, die automatisch ausgezahlt wird, die das Einkommen der Eltern berücksichtigt und bei der, anders als bisher, diejenigen, die wenig Geld haben, mehr Unterstützung bekommen als die mit den hohen Einkommen. Corona hat die soziale Spaltung in Bezug auf die Bildungs- und Lebenschancen noch einmal verschärft. Kinder und Jugendliche haben besonders unter der Pandemie gelitten, und sie tun es immer noch. Deswegen bleiben wir auch hier nicht bei einer Geldleistung stehen. Wir nehmen auch Bildung und Teilhabe, Mobilität und Freizeitgestaltung in den Blick. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, um ein Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und wir lassen die Familien eben nicht allein. Niemand darf wegen seiner Kinder arm werden. Und jedes Kind in unserem Land muss die gleichen Chancen haben. Und wir beschließen eine Einmalzahlung von 200 Euro für alle Erwachsenen, die Grundsicherungsleistungen erhalten, und 100 Euro für Arbeitslose im SGB III und Kinder von Asylsuchenden, die kein Kindergeld erhalten. Und das ist erst einmal auch eine gute Hilfe. Gerade die kleinen Einkommen sind besonders stark von den Preissteigerungen betroffen. Sie geben anteilig an ihrem Einkommen mehr in den Bereichen aus, die eben von der Inflation auch besonders betroffen sind. Deswegen müssen wir auch besonders helfen. Das tun wir mit der 300 Euro Energiepostenpauschale und eben mit der Einmalzahlung von 200 Euro für Menschen in der Grundsicherung, damit sie entlastet werden. Aber auch hier brauchen wir langfristig eine strukturelle Antwort und haben uns deswegen mit dem Bürgergeld viel vorgenommen. Sofortzuschlag und Einmalzahlung für die besonders Bedürftigen. Insgesamt 30 Milliarden Euro Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger. Dann Kindergrundsicherung und Bürgergeld. Wir handeln und werden das auch weiter tun für einen Sozialstaat auf der Höhe der Zeit. Ich lade Sie ein, den Weg mit uns zu gehen. Glück auf! Der Kollege Kai Wittaker bekommt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Worum geht es eigentlich heute im Kern? Auch hier geht es natürlich wieder um die Inflation, um die steigenden Preise im Land. Allein über 7 Prozent im letzten Monat. Die Bundesregierung rechnet für dieses Jahr mit mehr als 6 Prozent. Was heißt das ganz konkret auf dem Einkaufszettel der Menschen? Es heißt, dass Sie vor einem Jahr mit etwas mehr als 12 Euro das hier kaufen konnten. Bananen, Mehl, Käse, Butter, Kartoffeln, Blumenkohl, Tomaten, Brötchen, Gurken, Eier und Milch. Und ein Jahr später, für den gleichen Betrag, können Sie heute nur noch das hier kaufen. Keine Kartoffeln mehr, kein Blumenkohl mehr, keine Brötchen mehr, keine Gurken, keine Eier, keine Milch. Das ist die Realität, mit der die Menschen konfrontiert sind in diesem Land. Was man vor einem Jahr in vollen Tüten an zwei Händen nach Hause tragen konnte, kann man jetzt nur noch am kleinen Finger in einer kleinen Tüte nach Hause tragen. Und was machen Sie jetzt? Sie kommen mit Ihrem Entlastungspaket daher, dessen Teil der Sofortzuschlag ja auch ist. Aber Entlastungspaket, allein schon der Name, finde ich eine Zumutung. Es ist eigentlich nur ein Briefumschlag, den Sie da überweisen. Und da machen Sie ein bisschen hier mit dem 9-Euro-Ticket zum Beispiel, wo selbst der grüne Verkehrsminister in Baden-Württemberg sagt, dass die Bundesregierung den Ländern jetzt Geld wegnimmt für den öffentlichen Personennahverkehr, um ihn in das 9-Euro-Ticket zu investieren. Dafür können jetzt in Baden-Württemberg konkret über 100 neue Züge im Nahverkehr nicht gekauft werden. Das ist Ihre Politik. Sie machen dort dann ein bisschen Tankrabatt. Ich sage Ihnen, Ihr Hilfspaket ist einmalig, weil Sie nur einmalig Hilfen zahlen. Es ist befristet für wenige Monate. Und Sie besteuern auch noch die Leistungen, die Sie den Menschen geben. Sie nehmen es Ihnen wieder weg. Und darüber hinaus haben Sie auch noch die 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner vergessen. Und liebe Frau Kollegin Schmidt, da reicht es nicht, wenn Sie heute Morgen im MoMA-Magazin dann einfach sagen, ja, Pech gehabt, wir hätten es auch gerne anders gehabt, aber es ging nicht. Sie haben da konkret versagt. Und jetzt kommen Sie mit dem Sofortzuschlag und mit dem Kinderzuschlag, der im Grunde nach richtig war, weil wir das als Große Koalition letztes Jahr auch schon gemacht haben. Aber Sie schaffen es noch nicht einmal, die Inflation auszugleichen. Und das wurde in der Anhörung deutlich. 30 Euro zu wenig beim Kinderzuschlag. 130 Euro zu wenig beim Sofortzuschlag. Das sind 160 Euro. Oder wie man jetzt neuerdings feststellt, so viel wie ein Privatflug im Heli von hier nach Sylt. Liebe Freundinnen und Freunde, so geht das nicht. Und da muss ich Sie schon fragen. Sie haben Ihren Bazooka-Finanzminister zum Kanzler gemacht. Wo bleibt die Bazooka jetzt? Das ist kein Wumms mehr. Das ist maximal ein Rohrkrepierrad, den Sie hier vorliegen. Und bevor Sie sich so aufregen, das sind nicht nur die Worte der CDU-CSU-Fraktion. Das hat sogar der VdK in seiner Stellungnahme gesagt. Zitat, dieses Gesetz ist ein chaotischer Flickenteppich. Und deshalb fordern wir als Union heute noch einmal einen echten Schutzschirm gegen Inflation. Sie müssen die kalte Progression vollständig bekämpfen. Sie müssen die Steuern auf Energie vollständig senken. Und Sie könnten auch endlich mal darüber nachdenken, eine gute Idee der Großen Koalition noch mal anzuwenden. Nämlich die Senkung der Mehrwertsteuer, weil die gerade auch den Geringverdienern massive Entlastungen geben kann. Denn es darf nicht sein, dass Lidl Luxus wird. Vielen Dank. Kai Wittaker war das für die Unionsfraktion hier zum Gesetzentwurf der Bundesregierung und zwei Anträgen der Linksfraktion zum Thema unter anderem Kindersofortzuschlag. Nächster Redner ist Andreas Audrec für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben hier in diesem Haus schon einige Male über das Thema steigende Preise, Energiepreise, Lebensmittelpreise gesprochen. Und das passiert immer das Gleiche. Die Kollegen von der Union fordern Senkung von allem, Steuersenkungen in allen Bereichen. Und dann passiert etwas sehr Interessantes. Wenn man sich die Anträge bei Ihnen anguckt, dann sieht man, dass Ihre Haushälter Ihnen jedes Mal reinschreiben, alles unter Haushaltsvorbehalt. Weil Sie nichts finanziert haben, weil Sie keinerlei Ahnung haben, wie Sie das umsetzen wollen. Weil es nichts mehr mit einer seriösen Finanzpolitik zu tun hat. Und weil Sie seit Sie in der Opposition haben, vergessen haben, wie man Politik macht. Das, was Sie Flickenteppich nennen, heißt, dass wir ganz konkret Menschen, die es brauchen, Geld zukommen lassen und dass wir es auch noch finanzieren. Das Geld kommt an und das ist der Unterschied. Und ganz konkret bedeutet das, dass wir als ganz unbürokratische Hilfe 200 Euro für alle Erwachsenen in der Grundsicherung zahlen. Im Juli kommt das an, dann ist das Geld auf dem Konto und dann haben die Leute das. Gleichzeitig zahlen wir 100 Euro für Kinder über das Kindergeld. Und wir haben dabei auch die Kinder, die nicht im Kindergeld sind, nicht vergessen. Auch Kinder im Asylbewerberleistungsgesetz, die bekommen genauso 100 Euro, weil wir klar sind an der Stelle, es gibt nicht Kinder erster und zweiter Klasse. Wir setzen uns als Ampel ein für alle Kinder in Deutschland und haben alle Kinder gleichermaßen im Blick. Und das, was wir tun, das ist nur der Vorbot der viel größeren Reformen. Wir haben längst mit der Arbeit begonnen an der Kindergrundsicherung. Wir werden vereinfachen, wir werden systematisieren, wir werden entbürokratisieren und wir werden das kindliche Existenzminimum ganz neu berechnen. Das braucht ein bisschen, weil wir das anständig und ernsthaft machen, aber wir sind längst dran. Das Gleiche gilt für das Bürgergeld. Auch da sind wir an der Arbeit. Wir werden dafür sorgen, dass wir das neu strukturieren und wir werden gleichzeitig dafür sorgen, dass wir Menschen das zukommen lassen, was sie dauerhaft brauchen, um in dieser Gesellschaft teilzuhaben. Wir machen jetzt akute Hilfe und wir planen die großen Reformen, die dann von der Ampel auf den Weg gebracht werden. Ich will zum zweiten wichtigen Punkt in diesem Gesetz kommen. Millionen Menschen müssen fliehen, weil Putin mit einem barbarischen Angriffskrieg die Ukraine überfallen hat. Und mit diesem Gesetz tun wir etwas, was in Deutschland noch nie davor getan wurde. Wir ermöglichen Millionen von Menschen, wenn sie zu uns kommen, die Möglichkeit, ganz direkt in unsere Sozialsysteme zu kommen. Das ist ein Riesenunterschied zu allem, was davor da gewesen ist. Und wir machen gleichzeitig bei der Wohnsitzauflage die Dinge so und wir verändern sie so, dass Menschen hier tatsächlich eine Arbeit finden können, egal wo das in Deutschland ist. Die, die arbeiten wollen, kriegen die Chance. Wir wollen, dass Menschen Teil dieser Gesellschaft werden können. Wir wollen Menschen eine echte Chance geben. Und so eine Zukunftsgewandtheit und so eine Ernsthaftigkeit in dieser Debatte, die hat es bislang in Deutschland von einer Bundesregierung noch nicht gegeben. Meine Damen und Herren, wir schaffen heute beides. Wir schaffen Entlastung für die Menschen in Deutschland, die hier leben, die das brauchen, für genau die, die es am meisten brauchen. Und gleichzeitig machen wir etwas, was neu ist. Wir schaffen eine Perspektive, die gleichzeitig bedeutet, dass die Menschen, die zu uns kommen, auch im Arbeitsmarkt, in allem, was wir in der Zukunft hier brauchen, da und in den Jobs, wo wir Unterstützung brauchen, ankommen. Und wir werden, wenn wir das so machen, in Zukunft, wir werden in Zukunft, wir als Deutsche werden davon profitieren. Und das ist das, was auch die Botschaft heute ist. Wir nehmen die Fragen an und wir wenden sie so, dass sie am Ende gut für uns und für das Land insgesamt wird. Dankeschön. Andreas Audrec sagt, dass hier eine Leistung geschaffen wird für diejenigen, die es am meisten brauchen. Und das sind 2,9 Millionen Kinder, die von diesem Sofortzuschlag, der hier diskutiert wird, profitieren sollen ab 1. Juli. Gerrit Hui spricht jetzt für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, als ich letzte Woche hier zu diesem Gesetz gesprochen habe, hatte ich Sie darauf hingewiesen, dass mehr als jeder Fünfte in Deutschland arm ist. Und schon deshalb halten wir die Einmalentzahlungen für die inflationsgeplagten Armen für richtig und auch den Zuschlag für die Kinder. Heute präsentiert sich das Gesetz aber ganz anders, denn ihm wurde ein richtiger Hammer hinzugefügt. Die sofortige Aufnahme aller ukrainischen Flüchtlinge in Hartz IV. Das bedeutet dann 1.000 Euro mehr im Jahr für jeden Flüchtling. Nicht einmalig, sondern dauerhaft. Mit der rechten Hand teilt der Staat also einmalig ein Almosen an die schon länger hier lebenden Armen aus. Mit der linken Hand vergibt er gleichzeitig ein dauerhaftes Geschenk an die Ukrainer. Für sie sind die traditionellen Asylbewerberleistungen nicht mehr gut genug. Begründet wird das mit der besseren Integration in den Arbeitsmarkt über die Jobcenter. Tatsächlich kommen aber in erster Linie Alte und Mütter mit Kindern. Wenn die wirklich hier arbeiten wollen, werden jede Menge zusätzliche Kita- und Kindergartenplätze gebraucht. Genügend Betreuungskräfte gibt es schon heute nicht vor. Unsere Asylbewerber verrecken auch nicht mit dem Asylbewerberleistungsgesetz. Oder wollen Sie das behaupten? Dummes Zeug. Eine Kostenschätzung für dieses Geschenk liegt seitens der Regierung nicht vor. Stand heute wissen wir, dass knapp 600.000 Ukraine-Flüchtlinge bei uns im Land sind. Es könnten aber auch deutlich mehr sein, denn es musste sich nur registrieren, wer sich registrieren lassen wollte. Sie sollen jetzt alle Hartz-IV-Leistungen erhalten, wie ein deutscher Bürger, der 20 Jahre gearbeitet hat, dann ein Jahr arbeitslos würde und der einen großen Anteil seiner Hartz-IV-Leistungen selbst erarbeitet hat. Wollen Sie das bestreiten? Und bekommt noch nicht mehr als jeder neue Ukraine-Flüchtling. Ist denn das fair? Und wenn der Ukrainer Kinder hat, bekommt er selbstverständlich auch Kindergeld, sogar wenn er gar nicht im Land ist. Das nennt man Anwesenheitsfiktion, denn seine Anwesenheit wird nicht überprüft. So jedenfalls die Bundesanstalt für Arbeit. Alle Ukraine-Flüchtlinge kommen dann auch automatisch in die gesetzliche Krankenversicherung, die chronisch unterfinanziert ist. Denn der Staat zahlt viel zu niedrige Krankenkassenbeiträge für die Hartz-IV-Empfänger. Sie decken nicht einmal die Hälfte der tatsächlich anfallenden Leistungen. Das gesamte Defizit beträgt 10 Milliarden Euro im Jahr. Und raten Sie mal, wer dafür aufkommt. Der Beitragszahler seit Jahren finanzierte einen Teil der Hartz-IV-Krankenleistungen mit, wurde aber nie dazu gefragt. Und dazu passt natürlich ins Bild, dass Minister Lauterbach noch für dieses Jahr weitere Beitragshöhungen vorausgesagt hat. Und dieses eine Mal wird Minister Lauterbach wohl recht behalten. Jetzt wage ich auch mal eine Voraussage. Unsere Gerechtigkeitsfanatiker in der Ampel werden sicherlich nicht lange hinnehmen, dass es hier zwei Klassen von Flüchtlingen gibt. Die Alten mit den guten Leistungen und die Ukraine-Flüchtlinge mit den richtig guten Leistungen. Ist ja irgendwie rassistisch. Geht ja gar nicht. Daher werden Sie noch in dieser Legislaturperiode ein weiteres Gesetz hier einbringen. Weg mit dem Asylbewerberleistungsgesetz. Hier mit Hartz-IV für alle, die zu uns kommen. Geld spielt keine Rolle. Das wäre dann der endgültige Ausverkauf unseres Sozialsystems. Aber schon das heutige Gesetz stellt natürlich einen klassischen Pull-Faktor für neue Flüchtlinge dar. Erst recht, wenn dieses Land dann nach jahrelangem Krieg, also die Ukraine, nach jahrelangem Krieg, Außenministerin Baerbock will ja erst mal Putin besiegen, komplett zerstört am Boden liegt. Dieses Signal hat auch andere Länder erreicht. Frau Kollegin, Sie kommen bitte zu Ende. Der Kollege Jens Zertrine hat das Wort für die FDP-Fraktion. Und Jens Zertrine ist Sprecher für Bürgergeld seiner Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Anmerkung nur zur AfD. Anstatt hier rumzunörgeln, dass wir solidarisch sind mit den ukrainischen Geflüchteten, sollten Sie stattdessen mal mit Ihren Putin-Freunden in Ihrer Fraktion reden. Denn der ist verantwortlich für die ukrainischen Geflüchteten und nicht unsere Solidarität. Und im Gesetz, und dazu möchte ich jetzt viel mehr kommen, es geht darum, dass in Deutschland 1,7 Millionen Kinder und Jugendliche in Haushalten aufwachsen, die nach SGB II eine Grundsicherung empfangen. Umgangssprachlich besser bekannt als Hartz IV. 1,7 Millionen Kinder und Jugendliche. Für diese Kinder und Jugendlichen bedeutet das für ihre Chancen im Leben, für ihre Zukunftsperspektiven, dass zwei Tatsachen besonders demotivierend sind. Und die erste Tatsache ist, dass laut einer Studie in Deutschland es bis zu sechs Generationen dauert, bis Nachkommen einer Familie sich von einem niedrigen bis zum mittleren Einkommen hocharbeiten können. Sechs Generationen hinterm OECD-Durchschnitt. In den skandinavischen Ländern sind das zwei Generationen. Der Traum von Aufstieg durch Leistung ist häufig nur eine Seifenblase in Deutschland. Und die zweite Tatsache, die diese 1,7 Millionen jungen Menschen im SGB II-Bezug besonders demotivieren, ist, dass der Bildungserfolg maßgeblich in Deutschland im internationalen Vergleich vom Bildungsgrad der Eltern immer noch viel zu stark abhängt. Und wenn es eine Schnittmenge gibt, die ich befinde bei den SGB II-Beziehern zwischen geringer Qualifikation, geringer Bildungsgrad und SGB II-Bezug, dann bedeutet das für diese Kinder und Jugendlichen eine Falle, nämlich dass für sie es bedeutet, dass sozialer Aufstieg viel zu häufig ein Traum bleibt, dass ihre Biografie im Sozialstaat feststecken bleibt, weil sozialer Aufstieg durch Bildung nicht möglich ist und dass die Abhängigkeit von Sozialleistungen viel zu häufig weitervererbt wird. Und hinzu kommt dann eine weitere Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das ergeben hat, dass bei Familien, die Kinder haben und einen SGB II-Bezug sind, ist es doppelt so unwahrscheinlich, dass sie den SGB II-Bezug verlassen. Also wenn ich keine Kinder habe, ist es doppelt so wahrscheinlich, dass ich selbst aus SGB II reinkomme. Kinder sind also auch noch eine Chancenbremse für die Erwachsenen, sich selbst aus dem Leistungsbezug herauszuarbeiten. Und dann kam die Pandemie dazu und hat für diese jungen Menschen, für die 1,7 Millionen jungen Menschen im SGB II-Bezug noch dazu geführt, dass sie Schwierigkeit haben, Ausbildungsplatz zu finden, weil die Ausbildungsverträge zurückgegangen sind. Dann hat die Caritas noch erforscht, dass jedes dritte Kind psychisch anfällig ist und dass Bildungsungerechtigkeiten verschärft haben. Und deswegen handeln wir jetzt in der Ampel auch für diese 1,7 Millionen Menschen, für Kinder und Jugendliche. Für die entscheidet nämlich die Preissteigerung, die jetzt noch hinzukommt zu den Verschärfungen der Pandemie, zu den Chancenungerechtigkeiten, die ich vorher auch schon hatte, das Gewicht der Brotdose in der Schulpause. Es entscheidet darüber, ob ich in den Sommerferien ins Freibad gehen kann und Ausflug machen kann. Es entscheidet darüber, ob ich es schaffe, mich rauszuarbeiten oder nicht und die Möglichkeit von sozialer Teilhabe hat. Und ja, für einige ist 200 Euro mehr oder weniger lapidar. Für einige sind 20 Euro Kinderbonus nicht erwähnungswert. Für einige sind 100 Euro, noch mal ein Sofortzuschlag, was wir zwei Tagesordnungspunkte weiter behandeln, nicht entscheidend. Für eine zweiköpfige Familie, ein Paar, was noch zwei Kinder hat, bedeutet aber dieses Entlastungspaket, was wir jetzt beschließen, und in den nächsten zwei Tagesordnungspunkte 600 Euro Einmalzahlungen und jeden Monat noch mal 40 Euro zusätzlich. Für die bedeutet das Freizeitbesuch ja oder nein. Und ich weiß, das sind keine großen Sprünge, die möglich sind bei den aktuellen Preissteigerungen, aber es ist trotzdem ein Beweis, dass diese Ampel auch zeigt, dass wir genau diese jungen Menschen im Blick nehmen. Und es ist auch weiter wichtig, dass wir das machen. Und wir werden, und das ist eine Brücke zur Kindergrundsicherung, etwas machen, was Sie nicht gemacht haben. Und das haben wir heute auch schon gemacht, nämlich die BAföG-Reform angestoßen. Das haben Sie in der Pandemie nicht gemacht. Wir werden eine Kindergrundsicherung einführen für die 1,7. Wir werden die Bildungs- und Teilhabepakete so reformieren, dass nicht nur 30 Prozent von Nachhilfeunterricht, Sportvereinen bei Kindern und Jugendlichen ankommen, sondern dass ich durch ein digitales Chancenportal 100 Prozent abrufen kann. Und das ist der Unterschied. Wir sind bereit, zu reformieren. Sie halten hier Reden in der Opposition, die nicht mit Ihren Regierungshandeln in Einklang bringen. Und hätten Sie eine dritte Hand gehabt, dann hätten Sie sich selbst gefilmt und das als Wahlkampfrede bei Instagram hochgeladen. Ich freue mich auf die weitere Debatte und auf den Beschluss. Vielen Dank. Die Ampel schlägt Einmalzahlungen für Erwachsene im Sozialleistungsbezug vor. Einmal in Höhe von 100 Euro für Corona-Mehrbedarfe und weitere 100 Euro wegen der hohen Inflation bei Strom- und Lebensmitteln. Und das ist völlig unzureichend. Sie sind alleine schon deshalb unzureichend, weil Sie nicht mal den aktuellen massiven Inflationsrate ausgleichen. Und das sagt Ihnen nicht nur die Linke, sondern das haben Ihnen bei der Anhörung hier im Bundestag die Wohlfahrts- und Sozialverbände in allergrößter Einigkeit bestätigt. Diakonie, Paritätischer, Familienbund der Katholiken, Zukunftsforum Familie, alle sagen, die Einmalzahlungen sind viel zu niedrig. Sie sind zwar besser als nichts, okay. Sie taugen aber nur für eine kurze Übergangslösung. Auch der DGB hat klipp und klar gemacht, ich zitiere, wir brauchen einen dauerhaften Zuschlag. Die Regelsätze müssen grundlegend neu ermittelt werden und deutlich angehoben werden, damit sie einen wirksamen Schutz vor Armut bieten. Zitat Ende. Das unterstreichen alle, die nahe dran sind und die die Lebenssituation von Menschen in Hartz IV gut kennen. Hören Sie auf diese Leute. Die seit Jahren kleingerechneten Regelsätze lassen sich nicht mit ihren lumpigen Einmalzahlungen reparieren. Geben Sie sich einen Ruck. Berechnen Sie die Regelsätze jetzt neu, ohne Tricksereien. Die Linke hat das gemacht. Inklusive eines Inflationsausgleichs muss der Regelsatz auf ehrliche 687 Euro erhöht werden. So sieht Respekt aus. Die Leistung muss doch reichen, dass sich die Menschen nicht Tag und Nacht sorgen um ihre Existenz machen müssen. Denn sie brauchen doch all ihre Kraft für die Arbeitssuche oder für eine Weiterbildung. Das Ziel muss es doch sein, dass die Leute raus aus Hartz IV kommen, dass sie von ihrer Arbeit leben können und nicht sie in Armut zu halten. Herr Minister, erhöhen Sie die Regelsätze verdammt noch mal. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, wurde hier eben schon angesprochen. Und er ist auch der nächste Redner hier in dieser Debatte. Er wird sich wahrscheinlich eher zum Gesetzentwurf der Bundesregierung als zu den Anträgen der Linksfraktion äußern. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir entlasten mit dem gesamten Paket den Umfang von 30 Milliarden Euro Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir helfen Menschen in der Grundsicherung, wir helfen Familien, wir helfen Kindern, übrigens auch Rentnerinnen und Rentnern. Da ist viel drin in diesem Gesamtpaket. Aber eines will ich auch deutlich sagen, ich bin in diesem Hause sehr dankbar, dass wir es heute auch ermöglichen, in doppelter Hinsicht Solidarität zu üben gegenüber Menschen, die bedürftig sind in unserem Land, gerade in diesen Zeiten von Preissteigerungen, aber auch gegenüber geflüchteten Menschen, die nicht aufgrund eines Pull-Faktors zu uns gekommen sind, Frau Kollegin von der AfD, sondern weil sie vor Putins furchtbarem Krieg zu uns gekommen sind. Und ich sage Ihnen mal eines sehr deutlich, unabhängig davon, dass Ihre Rede von Fachlichkeit nicht geprägt war, es geht nämlich um die Gleichstellung von Menschen, die als Geflüchtete zu uns gekommen sind über den Übergang in die Grundsicherungssysteme mit anerkannten Asylbewerbern. Das ist der sachliche Hintergrund. Aber dass eine Partei, die hier in größeren Teilen die propagandamäßig fünfte Kolonne Moskaus ist, hier geflüchtete Menschen, die hier geflüchtete Menschen gegen bedürftige Menschen ausspielt, die sollte sich schämen und sich nicht an dieser Debatte beteiligen. Das ist unnötig. Und ich sage Ihnen an dieser Stelle, diese Bundesregierung wird nicht zulassen, denn es geht um doppelte Solidarität, dass in diesen schwierigen Zeiten Menschen, die Hilfe in Deutschland brauchen, einheimische Menschen, die bedürftig sind, gegen Geflüchtete ausgespielt werden. Und es geht auch um eine vernünftige Frage an dieser Stelle, nämlich wie kriegen wir es hin, dass die geflüchteten Menschen bei uns in Deutschland aus einer Hand durch die Jobcenter betreut werden. Übrigens ist es auch eine Frage der Solidarität, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit den Ländern und Kommunen. Denn der Bund lässt mit diesem Rechtskreiswechsel die Kommunen eben nicht in dieser Zeit im Regen stehen. Es ist eine nationale Kraftanstrengung, sich vernünftig und anständig um die geflüchteten Menschen zu kümmern. Ja, wir verbessern Ihren Krankenversicherungsschutz, das ist auch richtig so. Und wir sorgen dafür, dass Sie eine Perspektive auf den deutschen Arbeitsplatz bekommen. Ich sage Ihnen, es ist vernünftig, dass wir in diesen Zeiten Solidarität organisieren. Dass wir harten Abfedern für die Menschen, die von Preissteigerungen betroffen sind. Dass wir auf der anderen Seite dafür sorgen, dass Europa und Deutschland auch seiner nachbarschaftlichen Pflicht gerecht wird, anständig mit geflüchteten Menschen umzugehen. Und ich sage Ihnen auch, wir haben gehandelt. Wir haben dafür gesorgt in Europa, anders als in anderen Krisen, dass die Menschen in allen europäischen Mitgliedstaaten einen Schutzstatus bekommen. Aber Sie durchlaufen eben kein Asylverfahren durch diesen Status. Sie kämen nie aus dem Asylbewerberleistungsgesetz raus. Auch das wissen Sie nicht. Und deshalb ist es richtig, dass wir jetzt diesen Übergang in die Grundsicherungssysteme organisieren. Dass wir Berufsanerkennung voranbringen. Dass wir Kinderbetreuung organisieren. Dass wir den Zugang zum Arbeitsmarkt nicht nur rechtlich, sondern praktisch ermöglichen. Das sage ich an dieser Stelle, ist das, was diese Koalition macht. Und zu all den, ich meine Union, entschuldigt bitte. Ich durfte ja in der letzten Legislaturperiode mit dieser Fraktion zusammenarbeiten. Wir haben durchaus sozialen Fortschritt an der einen oder anderen Stelle hinbekommen. Aber ich kann mich erinnern, bei jeder Verbesserung im sozialen Bereich musste meine SPD-Fraktion das hart gegen die CDU erkämpfen. Das war bei der Grundrente so. Das war bei Hilfen für Grundsicherungsbezieherinnen und Bezieher so. Jedes Mal. Das war beim Mindestlohn so. Und jetzt in der Opposition sich hinzustellen und mehr, mehr, mehr zu fordern. Ich finde, dann sollte man mit Herrn Merz die Vergangenheit der CDU mal aufhören. Und deshalb an dieser Stelle ein klares Bekenntnis. Diese Entlastungspakete, die wir jetzt auf den Weg bringen, helfen konkret den Menschen in einer schwierigen Lebenssituation. Wenn Preissteigerungen länger anhalten sind, dann werden wir auch strukturell weiter entlasten. Das wird auf dem Weg des Bürgergeldes zu diskutieren sein. Das betrifft auch anderes, was wir für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf den Weg bringen. Es ist Ihnen übrigens wichtig, dass der Mindestlohn am 1. Oktober auf 12 Euro steigt. Auch dafür werden wir als Koalition sorgen. Und damit beweist übrigens diese Koalition, in schwierigen Zeiten können sich die Menschen in diesem Land auf den Sozialstaat verlassen. Das ist unsere Politik. Was ist Ihre? Herzlichen Dank. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat hier für den Gesetzentwurf geworben. Nach der Debatte werden die Abgeordneten darüber und über die Anträge der Linken ja auch abstimmen. Nächste Rednerin ist Ottilie Klein für die Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mehr als 600.000 Ukrainerinnen und Ukrainer sind seit Beginn von Putins Angriffskrieg zu uns gekommen. Sie fliehen vor Bomben, sie fliehen vor Leid, sie fliehen vor Schrecken. Sie kommen in ein für sie fremdes Land. Und das Erste, was sie sehen und erleben in Deutschland, ist die große Hilfsbereitschaft der vielen Ehrenamtlichen. Und egal, ob an den Bahnhöfen oder in den Aufnahmeeinrichtungen, überall engagieren sich die Menschen in unserem Land. Dafür danke ich. Dafür danken wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion Ihnen von Herzen. Applaus Die ehrenamtlichen Helfer leisten einen unschätzbaren Beitrag und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Behörden zeigen großartigen Einsatz. Und es ist richtig, dass der Bund sich hier stärker beteiligt. Als CDU-CSU-Bundestagsfraktion begrüßen wir ausdrücklich den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz. Wir begrüßen, dass ukrainische Kriegsflüchtlinge Leistungen nach Sozialgesetzbuch erhalten. Wir begrüßen, dass ukrainische Kriegsflüchtlinge einen einfacheren Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Mit Blick auf den Gesetzentwurf der Ampelkoalition zum Rechtskreiswechsel ist aber auch festzustellen, gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Viele Fragen sind hier noch offen, insbesondere mit Blick auf die Umsetzung. Und genau deshalb haben wir einen Entschließungseintrag eingebracht, um Fehler beim sogenannten Rechtskreiswechsel zu vermeiden. Das Gesetz schafft in seiner derzeitigen Fassung unnötigen bürokratischen Mehraufwand für Menschen, die gerade erst vor Krieg geflohen sind. Und wir haben die ganz große Sorge, dass durch den Übergang in die Grundsicherungssysteme von 600.000 Menschen innerhalb kürzester Zeit ein enormer Verwaltungsaufwand entsteht. Wir haben auch große Sorge, dass sich die Wohnsituation vieler Geflüchteter aufgrund des Übergangs ins SGB II ungewiss werden könnte. Und auch eine gerechte Verteilung ist nach derzeitigem Stand nicht gegeben. Deshalb erwarten wir von der Bundesregierung, dass sowohl Geflüchtete als auch Kommunen und Länder mit dem Rechtskreiswechsel nicht überfordert werden. Wir erwarten vom Bund, dass die technischen und die rechtlichen Voraussetzungen für die Datenmigration geschaffen werden. Hier braucht es deutlich mehr Unterstützung von Bundesseite für die zuständigen Behörden. Und nicht nur hier, Herr Bundesminister, Sie haben es angesprochen, die Kinderbetreuung. Ich konnte dazu jetzt nichts in dem Gesetzentwurf finden. Deswegen hier nochmal mein Appell. Bitte vergessen Sie die Kinderbetreuung und die Schulen nicht. Denn die, die zu uns kommen, sind zum Großteil Frauen und Kinder. Und auch hier dürfen Länder und Kommunen nicht alleine gelassen werden. Frau Kollegin, Sie kommen zum Ende, bitte. Ich komme sehr gerne zum Schluss. In der jetzigen Situation kommt es vor allen Dingen auf schnelle und unbürokratische Hilfe an. Und da würde ich mir wünschen, dass die Bundesregierung sich vielleicht bei den Helferinnen und Helfern, die schnell und bürokratisch helfen, ein Beispiel nimmt. Vielen Dank. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Als Gesellschaft haben wir mittlerweile Erfahrung damit, vor Gewalt und Krieg Geflüchtete hier in unserem Land zu integrieren und auch angemessen zu versorgen. Aber die Menschen, die jetzt zu uns kommen, die unterscheiden sich von den Geflüchteten, die die vergangenen Jahre gekommen sind. Ja, es sind Frauen, es sind Kinder, es sind aber auch viele alte Menschen, es sind Menschen mit Behinderung. Es sind Waisen, die hier nach Deutschland fliehen, vor diesem schrecklichen Krieg. Und gerade diese Menschen haben doch das Recht auf eine kontinuierliche gesundheitliche und auch pflegerische Versorgung, nicht nur in Notfällen, sondern dauerhaft. Das ist dringender denn je. Und wir setzen hier heute mit diesem MPK-Beschluss um, dass die Geflüchteten aus der Ukraine ab dem 1. Juni wirklich nicht nur Anspruch auf Grundsicherung haben, sondern auch auf eine vernünftige Gesundheitsversorgung, die durch die Krankenkassen finanziert wird. Ich muss sagen, ich bin sehr froh über das schnelle und politisch auch breit getragene Handeln, was wir hier an den Tag legen. Ich möchte aber, dass wir hier nicht stehen bleiben. Das nächste Projekt, was wir jetzt angehen müssen, ist auch das Projekt aus dem Koalitionsvertrag, Sprachmittlung als gesetzlichen Anspruch ins SGB V zu bringen. Denn nur wer sich beim Arzt verständlich machen kann und wer versteht, was ihm erzählt wird, der kann auch vernünftig und adäquat behandelt werden. Ich freue mich daher sehr, dass die Ampel hier Beschlüsse fasst, dass wir in diesem Punkt vorankommen. Und dass wir hier wirklich eine gute Gesundheitsversorgung für alle schaffen. Vielen Dank. Linda Heitmann war das für Bündnis 90 Die Grünen, wurde wie aber auch schon viele Rednerinnen und Redner vorher an ihre Zeit erinnert. Und Heidi Reichenig von der Linksfraktion hat nun genau eine Minute Redezeit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, Butter kostet gerade drei Euro. Butter, drei Euro. Nur ein Beispiel für Lebensmittelpreise, die durch die Decke gehen. In Deutschland wächst bereits jetzt jedes fünfte Kind in Armut auf. Für diese Familien ist die Inflation ein Grund zur Panik. Ein Kindersofortzuschlag, der auch was bringt, ist also zwingend notwendig. Und Sozialverbände sagen klar, dass Kindern bei der Berechnung der Sozialleistungen 78 Euro vorenthalten werden. Das war schon vor Corona so. Und das auszugleichen wäre doch das absolute Minimum, was ein Kindersofortzuschlag leisten muss. Hinzu kommen nun seit Monaten mehr Bedarfe und Preisexplosionen. 100 Euro fordern wir deswegen rückwirkend zum Januar. Das wäre ein erster Schritt im Kampf gegen Kinderarmut. Aber wofür klatscht sich die Ampel jetzt hier auf die Schulter? Für 20 Euro. Ist das Ihr Ernst? Ich zitiere Minister Heil. 20 Euro, das klingt für viele Menschen, vor allen Dingen auch hier im Bundestag, die viel mehr verdienen, ziemlich wenig. Es ist ziemlich wenig. Aber netter versucht, die Kritik an der Höhe abzuwürgen. Und mal ehrlich, wenn 20 Euro ab Juli wirklich Ihr großer Wurf zur Bekämpfung der Kinderarmut ist, dann wünsche ich Ihnen allen, dass Sie niemals arm werden und auf eine Regierung wie diese hier angewiesen sind. Soweit also Heidi Reichenek, Kinder- und Jugendpolitische Sprecherin der Linksfraktion. Und auf sie folgt Rasha Nasser für die SPD-Fraktion. Sie sitzt im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und hier gab es Geburtstagswünsche. Rasha Nasser hat heute Geburtstag. Vielen Dank für den Glückwunsch, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen. Diese Koalition hat sich auf den Weg gemacht, unsere Gesellschaft in ihrer Vielfalt zu respektieren und allen Menschen, die Hilfe brauchen, auch wirklich zu helfen. Ich habe in den Jahren 2016, 2017 erst als Asylkoordinatorin, später als Integrationsbeauftragte im sächsischen Freiberg gearbeitet. Ich durfte in der Zeit Asylsuchende auf ihrem Weg in ein neues Leben bei uns hier in Deutschland begleiten. Und glauben Sie mir, das war nicht immer einfach, vor allem für jene, die zu uns geflüchtet sind, in einem fremden Land anzukommen, eine fremde Sprache zu lernen, erst mal nicht arbeiten zu dürfen, mit völlig fremden Menschen in einer Erstaufnahmeeinrichtung ohne Privatsphäre zu wohnen, das ist alles kein Zuckerschlecken. Und glauben Sie mir, niemand, auch wirklich niemand sucht sich das freiwillig aus. Denn eine Flucht ist niemals freiwillig. Ich hoffe inständig, dass niemanden von uns je so eine Situation ereilt, denn wir tun ja gerne so, als sei das alles ganz weit weg, als hätte das alles nichts mit uns zu tun. Und jetzt merken wir dieser Tage aber sehr schmerzlich, wie nah so eine Situation auf einmal doch sein kann. Und deshalb ist mir das Folgende besonders wichtig. Menschen im Asylbewerberleistungsgesetz sind keine Nummern im System. Sie sind Menschen. Sie haben harte Schicksale hinter sich und sind teils schwer traumatisiert. Sie haben ihr Zuhause, ihre Familie und Freundinnen verloren. Sie haben Dinge erlebt und gesehen, die sie nie wieder loswerden. Sie haben Kinder, die zuerst gelernt haben, was Krieg und Tod bedeuten, bevor sie gelernt haben, was es überhaupt heißt, zu leben. Asylsuchende sind Menschen wie Sie und ich. Und Sie haben unseren Respekt verdient. Mit der heutigen Lesung des Sofortzuschlags und Einmalzahlungsgesetz nehmen wir sie endlich auf. Die über 380.000 Menschen, die bei uns in Deutschland Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Das war nicht einfach. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle meinen Kolleginnen Martin Rosemann und allen voran Annika Klose danken, die dafür gesorgt haben, dass dieser Personenkreis jetzt im vorliegenden Gesetz bedacht wird. Vielen Dank dafür. Denn für die Menschen im Leistungsbezug ist das ein unglaublicher Gewinn. 200 Euro bedeuten gerade hier eine kleine Welt. Und jeden Monat 20 Euro zusätzlich für die Kinder. Das mag wenig klingen, wir haben es gerade wieder gehört. Das kann aber sehr viel bewirken. Denn es kann genau dieses eine zusätzliche Spielzeug sein, mit dem ein Kind die nächsten Jahre spielen wird und kurz dem eigenen Trauma entfliehen kann. Vielleicht denken Sie mal so rum. Deshalb ist es richtig, dass diese Regierung alle Menschen im Leistungsbezug, ungeachtet ihrer Herkunft, mit dem Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetz bedenkt. Und erlauben Sie mir, mit nicht weniger als Artikel 1 unseres Grundgesetzes zu schließen. Liebe AfD, bitte passen Sie auf. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht, die Würde der deutschen StaatsbürgerInnen ist unantastbar. Das gilt auch für jene, die mal deutsche Staatsbürger werden wollen. Mit der Aufnahme der Asylsuchenden in dieses Gesetz sagen wir ganz klar, wir sehen euch und wir unterstützen euch. Und genau das ist der Geist dieser Koalition. Vielen Dank. Frau Schall-Nasser hat hier für die SPD gesprochen, hier auch nochmal den Sofortzuschlag von 20 Euro pro Monat verteidigt. Und auch dieser Sofortzuschlag soll ja nur eine Überbrückung sein, bis dann die Kindergrundsicherung kommt. Detlef Seif spricht jetzt für die Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Hoy, es ist unfassbar, mit welcher Gefühlskälte Sie vorhin gegenüber ukrainischen Flüchtlingen gesprochen haben. Unfassbar. Wir müssen doch sehen, wir haben es hier mit einem unermesslichen Leid zu tun, welches der russische Angriffskrieg den Menschen in der Ukraine zugefügt hat. Und deshalb ist es richtig, dass wir hier unbürokratisch sagen, es werden Leistungen nach SGB II, SGB XII gewährt. Das ist richtig und das ist ein wirklich starkes Signal Richtung Ukraine und Richtung der Menschen. Aber die Ampelkoalition geht, wenn man sich den Text anguckt, weit über das hinaus, was die Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen hat. So sollen die Leistungen nicht nur bei den ukrainischen Flüchtlingen erfolgen, sondern man hat das abstrakt ausgedrückt, auf alle Anwendungsfälle der Massenzustromrichtlinie. Und da muss der Eindruck entstehen, Sie wollen Flöcke einschlagen für das Asylrecht insgesamt. Wir haben bisher hohe Anreize, die unser System schafft, aufgrund der verfassungsrechtlichen Grundlagen, die auch das Bundesverfassungsgericht definiert hat. Die Asylbewerberleistungen sind im Verhältnis zu anderen EU-Mitgliedstaaten schon jetzt exorbitant hoch und verursachen Pull-Effekte. Wir sollten alles unterlassen, dass wir das in Zukunft in die falsche Richtung bringen, meine Damen und Herren. Und der Gesetzentwurf, der sieht auch neue Ausnahmetatbestände für die Wohnsitzregelung nach § 12a Aufenthaltsgesetz vor. Die Wohnsitzregelung soll die nachhaltige Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland fördern und auch eine gleichmäßige Verteilung unter den Bundesländern. Bislang ist das möglich, wenn eine sozialversicherungsrechtliche Tätigkeit nachgewiesen wird, der unterhaltssichergestellt ist. Und auch bei Ausbildungen und beim Studium ist das möglich. Sie erweitern das jetzt auf einen Integrationskurs, auf einen Berufssprachkurs, auf eine Qualifizierungsmaßnahme. Merken Sie nicht, was Sie tun. Sie entwerten vollkommen die Wohnsitzregelung. Und das erhöht das Risiko der Belastung für Bundesländer und einzelne Kommunen. Meine Damen und Herren, und das gilt für Sie, hören Sie gut zu, in der Krise soll man helfen. Dieser Verpflichtung sind wir uns alle bewusst. Aber nutzen Sie die Krise nicht, um grundsätzliche Dinge in unserer rechtlichen Struktur, im Asylgesetz, so zu verändern, dass uns das nachher auf die Füße fällt. Das Vorgehen verdient deutliche Kritik. Die Union unterstützt den vorliegenden Gesetzentwurf. Das werden wir in der nachfolgenden getrennten Abstimmung auch deutlich machen. Aber wegen des unbegrenzten Rechtskreiswechsels und auch wegen der Wohnsitzauflage der Ausnahmetatbestände können wir dem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das betrifft § 150a SGB IX. Artikel 3a Nr. 4. Das betrifft § 146 SGB XII. Artikel 4a Nr. 1. Das betrifft § 1. Also Bewerberleistungsgesetz. Artikel 4a Nr. 5. Das betrifft § 18. Also Bewerberleistungsgesetz. Artikel 4a Nr. 1. Das betrifft § 12a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 5 Satz 1 Nr. 1 Aufenthaltsgesetz. Artikel 8. Und Artikel 8. Das betrifft § 61 Bundesausbildungsförderungsgesetz. Und zum anderen über den Gesetzentwurf. Im Übrigen. Ich rufe zunächst auf die soeben genannten Artikel in der Ausschussfassung. Ich bitte diejenigen, die diesen genannten Artikeln des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Vielen Dank. Dann sind diese genannten Artikel angenommen und zwar mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP gegen die Stimmen der CDU, CSU und AfD bei Enthaltung der Fraktion Die Linke. Jetzt rufe ich auf die übrigen Teile des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung. Ich bitte diejenigen, die den übrigen Teilen des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Herzlichen Dank. Bei Enthaltung der Fraktion Die Linke und Zustimmung durch die übrigen Fraktionen des Hauses sind die übrigen Teile des Gesetzentwurfs angenommen. Alle Teile des Gesetzentwurfs sind damit in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Wer enthält sich? Vielen Dank. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Bei Zustimmung durch die Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Dagegen hat die Fraktion der CDU, CSU gestimmt. Die AfD und Die Linke haben sich enthalten. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, CSU, auf Drucksache 1785. Und in diesem Entschließungsantrag fordert die Union unter anderem, Maßnahmen zu ergreifen, damit Geflüchtete aus der Ukraine nicht in die Obdachlosigkeit kommen und zum Beispiel auch, dass die Geflüchteten aus dem ukrainischen Krieg gleichmäßig auf das gesamte Bundesgebiet verteilt werden. Wir setzen die Abstimmung zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit. Aber dieser Entschließungsantrag wurde hier von den Abgeordneten abgelehnt. Es empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 1502 mit dem Titel Regelsatz ehrlich berechnen, Sonderzahlungen reichen nicht aus. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Vielen Dank. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Bei Gegenstimmen durch die Fraktion Die Linke. Alle anderen haben zugestimmt. Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe C seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 1504 mit dem Titel Kindersofortzugsschlag armutsfest gestalten. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Vielen Dank. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Bei Zustimmung durch SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und CDU, CSU-Fraktion. Dagegen hat die Fraktion Die Linke gestimmt. Die AfD-Fraktion hat sich enthalten. So, also das bedeutet, beide Anträge der Linken wurden hier auch dann abgelehnt. Einerseits ging es da um den Regelsatz in der Grundsicherung. Der sollte nach Auffassung der Linken für alleinstehende Erwachsene angehoben werden. Auf 687 Euro und in dem zweiten Antrag ging es um die Erhöhung des Sofortzuschlags, der auch hier diskutiert wurde, auf 100 Euro monatlich. Und dann ging es um die Erhöhung des Sofortzuschlags. Und dann ging es um die Erhöhung des Sofortzuschlags.